ein matthias hier auf dem mwc und wissen hier am stand von qualcomm und ich habe hier echt eine frechheit entdeckt und zwar ist der novo weibschot darüber haben wir ja bereits berichtet und das schätzt das alter also tatsächlich wenn ihr mal ein bisschen auf dem schlauch steht und nicht wisst wie alt die frau ist dann benutzt dieses teil ja 42 vielen dank du bist eine frechheit du bist ein arschloch telefon oder scheiße ich hasse dich also diese funktion möchte ich nie wieder sehen und wenn lenovo bitteschön zieht zehn jahre ab schätzt ruhig aber zieht zehn jahre ab ok